Hallo Leute, jetzt kommt zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute sind wir wieder in unserer Bäckerei zum Bäckereibauprojekt. Beim letzten Mal habe ich hier ein bisschen die Küche gebaut und ich finde es ist schon ganz gut gelungen. Was noch fehlt, hier der Kühlschrank. Ich muss wieder reinkommen. Jetzt muss ich... Hä? Ich check's gerade echt nicht. So, genau so. Da ist doch das Fenster im Weg. Wartet mal. So. Hä? Aber hier das Fenster fehlt. So. Äh, ich glaube jetzt ist es angenehmer. So. Ich mach mal hier die Wände hin. Und genau. So ist es perfekt. Ich hab jetzt keine Kommentare dazu bekommen im Video, im letzten Video, ob ich da eine Glastür oder, ähm, diese Holztür hinmachen wollen. Ich hab jetzt gesagt, lass ich die Glastüre. Dann hat man auch ein bisschen Abwechslung. Ich glaub, das ist ganz gut. Ähm, und heute wollen wir uns auch ein bisschen hier um die Terrasse kümmern. Da hab ich ja auch schon gesagt, das will ich unbedingt noch machen. Und da brauchen wir erstmal einen Weg. Matur natürlich. Am besten den hier kopieren. Aber, die Zaun wegmachen, das wär auch schlau. Äh, ha. Ich hab mir noch nicht so richtig überlegt, wie ich das haben will. Aber ich glaube, ich werd hier einfach einen Durchgang bauen. Dreimal. So. Also, ich mach das jetzt einfach mal. Ah, nein. Jetzt baue ich hier den Weg ab. So. Ich bin nicht der beste Simbauer. Ich glaub, das wisst ihr aber. Wie weit bin ich da jetzt? Ach Gott, ey. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Ähm, genau. Dann kann man jetzt hier alles Mögliche wieder hin platzieren. Was man da auch hatte. Ich hab mir jetzt überlegt, gerade so auf die Schnelle hier einfach nochmal so eine ganz große Fläche zu machen. Das muss natürlich weg. Jetzt hab ich mich verbaut. Einfach hier nochmal eine Fläche hinzumachen. Genau. Dass es einfach so aussieht. Dann hat man hier nochmal Platz für Bäume. Und, genau. Ich find das einfach sieht ganz gut aus. Ähm, da kann man auch nochmal hier das Tor kopieren. Ah, und das muss in den Zaun rein, oder wie? Versteh ich jetzt. Ah, okay, okay. Hä? Hä? Ah, jetzt. Ich muss das hier nochmal hin machen. So, und dann kann das Gartentor nämlich hin. Andersrum natürlich. Sehr gut. Ähm, dann haben wir hier auch nochmal eine Art Terrasse. Und ich denke mal, das ist gut, oder? Ähm, dann brauch ich was von der Terrasse. Auf jeden Fall natürlich wieder hier Außenmöbel. Und da hab ich jetzt gedacht, dass man da auch wirklich Bänke hinmacht. Ah, jetzt muss ich überlegen. Ähm. Ich weiß, es ist ein bisschen ein anderes Video als sonst, aber sonst hab ich alles immer durchgeplant. Ich weiß, was ich tue. Aber ich glaub, ich mach's jetzt so. Nochmal? Nochmal. Dann hier einfach nochmal. Ne. Das dann auch nicht. Dann kommt da vielleicht noch ein Grill hin. Dass man's selber grillen kann auch. Ah, das ist deswegen sehr blöd. Ähm. Wisst ihr was? Ich glaub, ich platziere die dann hier so hin. Ähm. Drei Grille? Ich glaub, oh. Ich probier's hier mit meinem Headset grad noch ein bisschen aus. Aber der ist grad hier. So. Jetzt muss es wieder funktionieren. Ähm. Ich werd jetzt auch nicht so lang noch machen. Aber ich glaub, das ist auch schon jetzt gleich vorbei, deswegen. Hier nochmal so ein Mülleimer. Äh. Also. Genau. So muss man alles machen. Genau. Und das anzu... An... Blah. Und das kopier ich jetzt einfach nochmal. Aber was ich mir jetzt überlege. Ähm. Noch irgendwas. Hier so Tische. Oder so Stühle. Einfach. Ach egal. Ich glaub, ich lass es doch so, dass man hier einfach den Weg hat. Und dann hier einfach das nächste Mal einen Zaun hinmachen. Ich glaub, das ist ganz gut. Dann kopieren wir das Ganze noch einmal. Ähm. Genau. Muss von oben gucken. So. Aber ich würd jetzt schon mal nebenher sagen, das war's mit dem Video. Wenn's euch das auch gut gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Verpasst ihr keine anderen Videos von mir. Oder ihr verpasst keine anderen Videos von mir, wenn ihr die Glocke aktiviert. Da kriegt ihr dann immer eine Benachrichtigung. Und dann könnt ihr gern mein Video auch teilen. Das würd mich auch sehr freuen. Dann einfach den Freunden vorschlagen. Ja, guck mal hier. Wobei, KFDF. Ganz einfach. Und ihr seht noch kurz, wie ich das fertig baue. Und ich ähm, sage tschüss. Und ja, bis zum nächsten Mal. Achso, warte. Bäh. Wie? Nein. So, jetzt sag ich tschüss. Und bis zum nächsten Mal. sugar carrot. die